Hi, hi! Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal, was ich so in meiner Freizeit mache. Wenn ihr meine Videos so ab und zu mal gesehen und verfolgt habt, dann kommt ihr vielleicht auch gleich drauf. Es sind meine geliebten Ninja Turtles, die ich unheimlich gern habe. Die zeichne ich auch immer wieder mal sehr gerne und auf diesem iPad macht es wirklich unheimlich viel Spaß. Das mache ich noch nicht so lange, sonst immer auf Blatt Papier, aber ich finde, das macht hier richtig viel Spaß und man kann sich hier auch unheimlich gut austoben und viel ausprobieren. Macht auch mega viel Spaß. Hier haben wir jetzt einmal unseren kleinen Michelangelo als Beispiel, aber wir könnten jetzt auch einen Rafi draus machen. Okay, das Rot ist ein bisschen dunkel geworden, macht aber nichts. So, das geht ratzfatz hier. Rafi, das macht unheimlich viel Spaß. Damit könnte ich mich auch einen halben Tag beschäftigen. So, und zack, mit den roten Bandana ist das einmal Rafi. Hier fehlt noch ein bisschen was, wobei die Augen werden dadurch kleiner und auch durch die Form ein bisschen zorniger, was Rafi ja schon sehr nahe kommt. Wir könnten auch ein Leonardo draus machen, den wir das Bandana einmal in blau halten. So. Und damit wir die Augenpartie etwas wieder größer bekommen. So, zeige ich euch das mal, wie ich das löse. Zack. Dann besorgen wir uns gleich mal einen Grünton, vielleicht ein bisschen heller. Machen wir unseren Leonardo einen Tick heller. Wobei, gerade Leonardo ist ja meistens ein bisschen dunkler vom Grünton. So. Und ratzfatz ist das gemacht. Auch hier zeige ich euch gleich mal, wie wir den Mundwinkel auch etwas freundlicher bekommen. Oder auch nicht. Das könnt ihr gleich sehen. So. Erstmal haben wir eine blau-grüne Fläche. Wir nehmen ein weiß. So. Und da machen wir einmal die Augen rein. So. Und den Mund. Und schon haben wir unseren Leonardo. Und wem haben wir noch nicht gehabt? Donatello. Wir bewegen uns auf das Lila. Und Donatello lassen wir ein bisschen zorniger schauen. Deswegen auch hier. So. Wobei Donatello ist jetzt nicht derjenige, der zornig schaut. Aber das passt dann doch eher zu unserem Raffi. Also ihr seht schon, da kann man echt sich lang damit beschäftigen. Ja. Das ist so eins der Dinge, die ich gerne mache. Bisschen rumzeichnen. Bisschen rumspielen. So. Dann ändern wir auch noch zu jetzt einmal noch den den Grünton. Und dann würde ich sagen, war es das auch erst mal? Ich dachte, ich zeige euch das mal, was ich hier so treibe und wie viel Spaß das vor allem macht. Ähm. So. Unseren Doni. Donatello. Ja. Das war es dann auch schon. Kurz und knapp. Kurz und knapp. Eine kleine Schattierung. Ja. Da kann man lauter verrückte Sachen machen. Macht auch mega viel Spaß. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye. Tschüss.